Hallo zusammen! Dieses Webinar richtet sich an Marketing-Leader oder zumindest an Personen, die Erfahrung im Bereich Business und Marketing haben. Der Grund dafür ist, dass wir über eine neue Idee sprechen werden, über etwas, das Sie wahrscheinlich als Erster oder einer der Ersten in Ihrem Land oder in Ihrer Stadt kennenlernen oder mitmachen werden. Es macht also Sinn und es wird viel einfacher sein, mit Leuten zu beginnen, die zumindest einige Erfahrung in Business und Marketing haben. Bevor wir beginnen, schreiben Sie bitte in die Kommentare ein, wenn Sie mich sehen und hören können und auch. Zögern Sie sich nicht, während des Treffens in die Kommentare zu schreiben, vorzugsweise auf Englisch, damit ich Sie verstehen kann. Ich werde nicht alle Kommentare und Fragen verfolgen, aber der Gastgeber dieses Treffens wird sein Bestes tun, um Sie zu beantworten. In diesem Webinar werden wir also über eine neue leistungsstarke Idee reden. Wenn Sie nach etwas, wirklich einzigartigem suchen, das Sie befähigen wird, ein Vermächtnis zu schaffen, sind Sie hier genau richtig. Am Ende des Webinars werden Sie verstehen, warum dies eine große Chance ist, sowohl wegen des, einzigartigen Geschäftsmodells als auch wegen des Zeitpunkts, in dem Sie an diesem Webinar teilnehmen. Nun, was Sie sehen werden, ist kein Network-Marketing, zumindest nicht im klassischen Sinne. Es ist Affiliate-Marketing, Multi-Level-Affiliate-Marketing, und wie Sie sehen werden, haben wir alle Vorteile von Network-Marketing, aber sehr wenige der Nachteile. Bitte denken Sie auch daran, dass ich versuchen werde, so logisch wie möglich zu sein, da ich mit Geschäftsleuten spreche. Doch bin ich ein Befürworter des positives Denkens, Glaubens, und so weiter. Ich liebe es. Ich genieße es. Aber heute werde ich versuchen, mit Ihnen auf einer streng logischen Ebene zu kommunizieren. Denn, wenn Sie im Network-Marketing für einige Zeit sind, haben Sie Träume und Ziele. Sie sind anders als die meisten Menschen, aber Sie verstehen auch, dass nicht alle Gelegenheiten gleich sind, und dass eine Person mit Glauben, Träume, Ziele und Arbeitsmoral unterschiedliche Ergebnisse in verschiedenen Geschäftsmodellen haben wird. Also, ich werde nicht versuchen, Sie zu erregen oder an Ihre Gefühle zu appellieren. Mein Ziel ist es, Ihnen einfach die Fakten und die Daten zu nennen, und dann sind Sie zu entscheiden, im Basis auf Ihrer Erfahrung und Ihres Wissens, ob dies für Sie ist. Also, nachdem ich das gesagt habe, bin ich mir fast sicher, dass die Fakten Sie begeistern werden. Das bedeutet nicht, dass Sie auf jeden Fall beitreten wollen werden. Es wird Schwierigkeiten geben, besonders wenn man der Erste in seinem Land oder in seinem Gebiet ist. Das Erste oder einer der Ersten in einem neuen Markt zu sein, kann eine Herausforderung sein. Aber Sie werden verstehen, dass dies etwas sehr Mächtiges ist und etwas, das Sie noch nie zuvor gesehen haben. Jetzt, bevor wir beginnen, möchte ich mich vorstellen und Ihnen ein wenig über meinen Hintergrund erzählen. Ich bin Konstantin Kastanas. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin mit Willi Papadaki verheiratet und wir haben drei Kinder. Und ich bin mit dem Network und oder Internetmarketing so ziemlich mein ganzes Leben beschäftigt. Ich war 19 Jahre alt, als ich im Jahr 1998 zu einem MLM-Treffen eingeladen wurde. Damals war MLM etwas völlig neu für mich. Ich hatte so etwas noch nie gesehen und ich habe mich sofort in dies verliebt. Ich liebte die Idee der Duplication, die Aussicht auf Freiheit, die hoffnungsvollen, energiegeladenen Menschen und fühlte mich für das erste Mal, dass ich endlich gefunden hatte, was ich in meinem Leben machen wollte. Und wie Sie vermutlich erraten können, es war nicht so einfach. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich erfolgreich war. Aber das ist eine lange Geschichte für ein anderes Mal. Bis 2014 hatten wir einige Erfolge erzielt, aber nichts wirklich Bemerkenswertes geschaffen. Wir haben etwas Geld verdient, aber der Erfolg, den wir hatten, war nicht einmal annähernd dem, was wir geträumt hatten, als wir angefangen haben. Im Jahr 2014 haben wir dieses neue Modell entdeckt und es hat sich alles für uns und unser Team geändert. Wir haben Teams von tausenden von Mitgliedern in nur wenigen Monaten gegründet. Innerhalb eines Jahres oder so, wir haben unsere Häuser gewechselt, wir haben unsere Traumautos gekauft, wir sind in viele verschiedene Länder gereist. Also, unser Leben hat sich buchstäblich innerhalb weniger Monate geändert und wir haben den Erfolg in ein paar Monaten geschafft, den wir seit viele Jahren versucht hatten. Ich bin also ein starker Gläubiger aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, in dem die Art der Gelegenheit, die Sie haben, wirklich wichtig ist. Nun, jede Geschäftsmöglichkeit hat drei Hauptbestandteile. Dies geschieht nicht nur im Network Marketing, aber jetzt werden wir uns auf Network Marketing konzentrieren. Nummer 1, die Produkte oder Dienstleistungen. Was wir tatsächlich auf den Markt bringen, unabhängig von der Möglichkeit, die mit den Produkten verbunden ist. Was ist der Wert dessen, was wir normalen Menschen anbieten, die unser Geschäftsmodell und unsere Produkte nicht nutzen werden, um Geld zu verdienen? Nummer 2, der Lohnplan. Der Prozentsatz der Auszahlung, wie die Provisionen strukturiert sind, wer bekommt, wie viel für welche Arbeit. Und Nummer 3, das Gesamtsystem. Der Art und Weise. Wie Sie es bauen. Welche Tools und Strategien Sie und Ihr Team verwendet haben. Wie Sie sponsern. Wie Sie neue Mitarbeiter finden. Wie Sie Ihr Team trainieren. Wie Sie tatsächlich das Geschäft aufbauen. Weil es gibt viele verschiedene Methoden, Heimtreffen, Partys, Menschen, die durch die Straßen laufen und nach jemandem suchen, der sich ihnen anschließt, Punkt Punkt und dann gibt es das Internet. Jetzt gibt es einige häufige Probleme im gesamten Network Marketing, die unser Modell löst. Ich werde zuerst auf diese universellen Probleme eingehen und dann unser Modell erklären und wie wir sie lösen. Die Lösung dieses Problems ermöglicht uns, schnell große Erfolge zu erzielen, da wir Hindernisse beseitigen, die uns früher im Weg standen. Und auch wenn wir uns an diese Hindernisse gewöhnt waren, auch wenn wir sie nicht mehr beachten, besonders wenn wir uns jahrelang im Network Marketing sind, sind diese Hindernisse immer noch da, auch wenn wir nicht mehr auf sie achten. Also sie verlangsamen uns immer noch. Und indem wir sie entfernen, können wir großartige Dinge tun, die wir noch nie getan haben. Jetzt, das erste Problem sind die Produkte, nicht in Bezug auf gut oder schlecht. Tatsächlich sind Produkte im Network Marketing um ein Vielfaches besser als im Mainstream-Commerce, aber in Bezug auf Mainstream oder nicht und in Bezug darauf, wie sie auf dem Markt eingeführt werden. Nun, MLM ist eine alternative Art Produkte oder Dienstleistungen, zu verkaufen. Die Art und Weise, wie MLM funktioniert, ist, dass sie Stributer und Produkte verkaufen, welche nicht in Mainstream-Läden, Supermärkte und so weiter zu finden sind und das nicht bekannt oder beworben sind. Und das hat einige Nachteile. Wie alle alternative Dinge, alternative Medizin und so weiter. Viele Menschen neigen dazu, es nicht ernst zu nehmen. Menschen haben ein inhärentes Misstrauen gegen Alternative Dinge, alternative Wege und so weiter, denn zum Guten oder Schlimmerem denken sie, dass wenn es gut genug wäre, würde es Mainstream sein. Jetzt, ich meine nicht, dass sie Recht haben, sondern von einem Marketing. Perspektive wollen wir den Glauben der Menschen auf unserer Seite, sonst kämpfen wir immer einen harten Kampf. Und der andere Nachteil ist, dass das gesamte Modell sich auf der Idee basiert, dass Menschen ihre Kaufgewohnheiten ändern. Was wir an MLM tun, ist, dass wir zu jemandem gehen und ihm im Wesentlichen sagen, hör auf, das zu kaufen. An welchem du gewöhnt bist und es magst, von dort, von dem du es aus deinem ganzen Leben gekauft hast und kauf ein neues Produkt, das du noch nie davon gehört hast, von dort, das du auch noch nie davon, schon mal gehört hast. Nun, die Gewohnheiten der Menschen zu ändern, ist eines der Dinge, die einfach klingt, aber in der Tatsache ist es nicht so. Und ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Ich sage nur, dass es sehr, sehr schwer ist. Und, dass wir im gesamten Network Marketing einen harten Kampf geführt haben. Also, um kurz zusammenzufassen, das erste Problem ist, dass wir versuchen, Menschen dazu zu bringen, sich ihre Kaufgewohnheiten zu ändern, indem wir sie bitten, Produkte zu kaufen, von denen, noch nie gehört haben und welche im Mainstream-Commerce nicht verfügbar sind, was es dazu bringt, sehr schattig und seltsam und nicht seriös. Aussehen lässt Nun, ein meiner Hobbys ist es, die Geschichte des Network-Marketings zu studieren. Und ich liebe es, Reden und Trainings aus den 70er, den 80er und Anfang der 90er Jahren zuzuhören. Ich weiß, es ist ein seltsames Hobby. Der Grund, warum ich es mag, ist, weil diese Leute Visionäre waren und sie die Idee des Networkings und die Macht der Vernetzung begriffen hatten in einer Zeit, die sonst niemand hatte. Also sie waren ihrer Zeit wirklich voraus. Und Jahrzehnten vergingen und die Welt hat sich verändert. Und jetzt wissen wir es, dass diese erste Network-Marketers recht hatten. Dass Networking doch die Zukunft war. Und das hatten sie in einer Zeit begriffen, in der es sonst noch niemand tat, bevor Social Media, auch noch vor dem Internet, uns die großen Unternehmen von heute vernetzen, die kleinen Unternehmen von heute vernetzen, mehr als drei oder vier Milliarden Menschen auf der ganzen Welt über verschiedene Social Media vernetzen. Und es ist, als ob sich die Welt in unsere Richtung bewegen würde. Aber, trotzdem, noch heute genießt Network-Marketing fast keinen Respekt vor alltäglichen Menschen. Und MLM gilt immer noch nicht als ernstes. Geschäft, was so unfair ist und es aufgrund der Tatsache ist, dass es nicht Mainstream ist, weil das überschattet. Alles andere. Nun, was ist die Lösung für dieses Problem? Wie lautet die Antwort? Was würden wir uns, idealerweise wünschen? Was wäre das perfekte Produkt? Zuallererst würde das perfekte Produkt Mainstream sein. Es wäre etwas, das die Menschen wissen und wollen. Sie könnten es kaufen, wo immer sie wollen. Es würde etwas mit Nullwiderstand. Es würde nicht gebraucht, jemanden zu überzeugen, um es zu kaufen. Es würde niemanden dazu bringen, sich ihre Kaufgewohnheiten zu ändern. Und es wäre etwas, das die Leute kennen, wollen und bereits vertraut sind. Und in ein paar Minuten zeige ich Ihnen genau das, das perfekte Produkt, das alle diese Kriterien erfüllt. Aber vorher sprechen wir über das zweite Problem, nämlich den Lohnplan und mehr. Genau die geringe Auszahlung. Was bedeutet, dass nur ein kleiner Teil des generierten Umsatzes in Provisionen ausbezahlt wird? Wenn Sie eine niedrige Auszahlung haben, gibt es einfach nicht genug Geld, um herumzugehen. Also entweder sind die Leader oder die Menschen auf den unteren Ebenen unglücklich, oder beides. Normalerweise beides, weil Sie entweder Leader haben, die nicht so viel bezahlt werden, wie sie sollten. Sie werden erfolgreich. Sie bauen die großen Organisationen. Sie erhalten einen ausgefallenen Titel, aber Ihr Einkommen ist sehr gering, vor allem im Vergleich zu den Erwartungen, die erstellt wurden, als man angefangen hat oder, wenn Sie eine niedrige Auszahlung haben und die Topverdiener und die Leader viel verdienen. Dann gibt es die neuen Leute oder die Leute auf den unteren Ebenen, die keine riesigen Teams haben, so ziemlich gar kein Geld verdienen, weil es nicht genug Geld gibt, um herumzugehen. Und das ist offensichtlich schlecht für Sie. Aber es ist auch schlecht für den Leader, weil man keine Stabilität und keine solide Grundlage schaffen kann. Wenn sich Menschen überall kündigen, was genau passiert, wenn die Leute in unserem Team kein Geld verdienen. Jetzt kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, dass es kein Äquivalent zur Stabilität gibt, dass Sie in Ihrer Organisation gründen, wenn Personen Vollzeiteinkommen aus Ihrem Unternehmen verdienen, insbesondere wenn sie in der Lage sind, von ihrer Arbeit aufzuhören und Vollzeit zu werden. Es gibt mehr als 100, wahrscheinlich viel mehr in meinem Team, das von unserem Geschäft ein Vollzeiteinkommen verdienen und diese Menschen sind so unterschiedlich als die Menschen, die es nicht tun. Sie sind engagierter, ernster, produktiver, einfacher und es macht mehr Spaß mit ihnen zu arbeiten. Also was? Würden wir idealerweise von einem Lohnplan wollen? Idealerweise möchten wir eine große Auszahlung, die am besten 80 bis 90 Prozent sein würde, idealerweise. Aber auch so verteilt, dass die Leader so bezahlt werden, wie sie sollten. Aber auch in einer Weise, dass die niedrigeren Ebenen eine bedeutende Menge verdienen und auch die Möglichkeit geben, Geld schnell zu verdienen, idealerweise ab dem ersten Monat. Und ich werde Ihnen genau diesen Plan zeigen, gleich danach. Wir über das dritte Problem gesprochen haben, welches das System ist, das normalerweise oldschool und veraltet ist. Jetzt gehen die meisten Unternehmen so ziemlich so vor, als gäbe es das Internet gar nicht oder als gäbe es Social Media nicht. Sie verwenden für die Prospektion und Rekrutierung und für den Aufbau des Unternehmens die gleichen Methoden, die sie, buchstäblich vor Jahrzehnten verwendet haben. Und obwohl es Weisheit in den Gesamtprinzipien gibt, müssen sich die Methoden wie die Zeiten ändern. Das System, welches die meisten Unternehmen haben, ist zeitaufwendig, es hat eine sehr niedrige Erfolgsquote und es wird sehr kraftraubend. Was würden wir idealerweise von einem System wollen? Idealerweise würden wir ein System wollen, das die Macht des Internets nutzen könnte, automatisieren, was auch immer automatisiert werden kann. Offensichtlich es kann nicht alles automatisiert werden, aber manche Dinge können, und dadurch sparen wir Zeit, Energie, Geld und machen es einfacher, um Erfolg für uns und unser Team zu schaffen. Wir würden also ein System wollen, das es uns wirklich ermöglicht, unser Geschäft von zu Hause aus aufzubauen, um das zu genießen, was als Laptop-Lifestyle bezeichnet wird, um die meisten Dinge online zu erledigen. Wir würden sicherlich den Prospektionsprozess automatisieren. Es gibt Tools und Methoden, die uns helfen können, Perspektiven über das Internet zu gewinnen, den Präsentationsprozess zu automatisieren. Und wir würden ein System wollen, das es uns ermöglicht, global aufzubauen, ohne notwendigerweise den Globus herumreisen zu müssen. Wenn wir nicht wollen, und zuletzt, wir würden ein System wollen, das wieder über das Internet kostenlose Training für unser Team anbieten würde. Also sprechen wir, zuerst, über das erste Produkt, unser Geschäft, beziehungsweise. Unser Geschäftsmodell hat ein B2B, Business zu Business, und ein B2C, Business zu Kundenteil. Wir haben also etwas, das perfekt für Unternehmen ist und etwas, das perfekt für Verbraucher ist. Fangen wir mit den Verbrauchern an. Wenn ich Sie fragen würde, was ist das perfekte Produkt für Verbraucher oder was ist das perfekte Produkt für Sie? Wir haben gesagt, dass wir idealerweise etwas Mainstream ohne Widerstand wollen. Das ist etwas, das nicht überzeugend sein würde. Das würde nicht erfordern, dass wir unsere Kaufgewohnheiten ändern und wir würden es kennen und wollen. Also, wenn Sie wollen, könnten Sie bitte in die Kommentare auf Englisch schreiben, was das perfekte Produkt für Sie ist? Was würden Sie mehr als alles andere für Sie selbst wollen? Ähm okay. Also, jemand schreibt ein Ferrari. Ein anderer ist wahrscheinlich hungrig und schreibt Lebensmittel und, dass man etwas essen will. Okay, jemand anderes sagt Kleidung. Also, was wir eigentlich feststellen, ist, dass wir viele, viele verschiedene Antworten bekommen. Unsere Antwort hängt also sehr von unserem Alter, unserem Geschlecht, wahrscheinlich unser Einkommen und unsere Bedürfnisse ab. Und selbst für die gleiche Person könnte sich die Antwort je nach Tageszeit oder ihre Stimmung ändern. Also, aus dem Experiment, das wir gerade gemacht haben, geht hervor, dass es kein perfektes Produkt für alle gibt, weil wir alle verschiedene Menschen sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben und so weiter. Und das stimmt. Wir sind anders und wir wollen verschiedene Dinge. Aber wir haben doch eine Sache gemeinsam. Diese verschiedenen Dinge, die wir wollen, bevorzugen wir, sie zum niedrigstmöglichen Preis lieber zu kaufen. Das heißt, dass, wenn ich ein Produkt kaufe und dieses Produkt kostet, sagen wir, 10 Dollar oder 10 Euro oder sowas und ich könnte es mit einem Rabatt von 20% oder 30% kaufen, ich würde mich dafür entscheiden, es zu einem Preisnachlass zu kaufen. Sind wir uns alle einig? Sind wir uns alle einig, dass wir für das gleiche Produkt lieber weniger bezahlen möchten? Nun sage ich nicht, weniger für ein ähnliches Produkt oder ein anderes besseres Produkt zu bezahlen. Ich spreche davon, dass wir alle es vorziehen, einen möglichst niedrigen Geldbetrag zu zahlen, für die genaue Sache, die wir wollen. Okay, jetzt habe ich diese Frage buchstäblich an tausende von Menschen gestellt, wahrscheinlich viele tausende von Menschen, sowohl online als auch offline, und ich hatte noch nie jemanden zu mir gekommen und gesagt, nein, ich ziehe es vor, den vollen Preis zu zahlen. Wir haben große Teams in ganz Griechenland, in Zypern, in vielen verschiedenen Ländern. Wir haben Teams in mehr als 20 Ländern und nie haben wir jemanden gekommen und gesagt, hör mal zu, in diesem Dorf oder in dieser Gegend, in dieser Stadt, die Leute bevorzugen, den vollen Preis zu zahlen. So etwas haben wir nie gehabt. Das perfekte Produkt ist also kein Produkt, sondern Rabatte auf verschiedene Dinge, die wir bereits kaufen, oder die verschiedenen Dinge, die wir kaufen wollen, die wir uns aber nicht leisten können. Und wir machen genau das. Wir arbeiten zusammen mit einem Unternehmen, welche eine App erstellt hat, und dadurch erhalten wir Rabatte bei verbundenen Unternehmen. So, zum Beispiel wenn ich nach Athen gehe, wenn ich in einem Geschäft oder einem Shop oder einen Restaurant oder sowas gehe, und Sie einen Rabatt von 20% bieten, ich habe Ihnen die App gezeigt und tatsächlich 20% weniger zum normalen Preis bezahlt. Also, das sind keine Punkte oder Credits oder etwas Merkwürdiges, das sich ansammelt oder etwas Schwerfassbares, das uns später nutzen wird. Ich zeige tatsächlich die App und zahle 20% oder 30% weniger für das gleiche Produkt als der Typ vor mir ohne App. Also wir haben tatsächlich echte Rabatte bei allem, das wir von einem Unternehmen kaufen. Nun, durch diese App. Verbraucher haben Zugang zu Nummer 1, Rabatten, die von kleineren oder größeren lokalen Unternehmen in der Stadt oder Region angeboten werden, wie, ich gerade erwähnt habe, Nummer 2, Rabatte auf Fixkosten, die wir alle bezahlen, wie der Supermarkt, das Telefon, die Stromrechnung, Versicherung und so weiter. Und Nummer 3, wir haben riesige Rabatte auf Reisen. Nun, zahlen die Verbraucher für die App nur 28 Dollar pro Monat oder zahlen die 28 Dollar pro Monat plus eine einmalige Gebühr oder 150 Dollar und ich werde die Unterschiede zwischen diesen beiden Optionen später erklären. Als ich in Athen, Griechenland im Jahr 2014 anfing, hatten wir buchstäblich keine Geschäfte. Und die Frage war, wie wir Unternehmen finden werden, um Rabatte anzubieten? Und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten für Unternehmen, beizutreten. Nummer 1 durch das Unternehmen. Es geht um ein amerikanisches Unternehmen. Es gibt also viele tausende Unternehmen und weltweite E-Shops, wie sie jetzt auf ihren Bildschirm selbst sehen können. Und mehr als 400.000 Hotels auf der ganzen Welt, die uns Rabatte anbieten. Und das sind Angebote, die von der Firma gemacht wurden, mit der wir arbeiten. Und der zweite Weg, der großartig ist, ist durch uns. Ein Unternehmen, jedes Unternehmen kann 160 Dollar fürs Leben bezahlen und es wird in der App fürs Leben erscheinen. Nun, das hat zwei große Vorteile. Erstens, dafür verdienen wir 80% Provision, über die ich später sprechen werde. Aber am wichtigsten ist, dass wir das Produkt co-formulieren, was bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Wir sind nicht von der Firma oder irgendjemand anderem abhängig, sondern von uns selbst, um Geschäfte einzubringen. Also, das sind wir auszuwählen, welche Unternehmen wir einbringen möchten. Das ist großartig, denn in jedem anderen Teil der Welt wird sich das Produkt unterscheiden und es wird auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung zugeschnitten sein, weil sie, die lokale Bevölkerung sein wird, die es maßgeschneidert hat. Also, wir zusammen mit unserer Teams können das Produkt herstellen und 80% Provision gewinnen, während wir es machen. Wie ich bereits sagte, als ich in Athen anfing, hatten wir keine Geschäfte registriert. Aber, wenn man sich jetzt auf der Karte bei 5 Kilometern Radios um jeden Punkt in Athen anschaut, sieht man buchstäblich viele hundert Unternehmen und man kann die Karte aufgrund der Anzahl der Unternehmen, die wir haben, nicht deutlich sehen und diese Unternehmen sind Supermärkte, Cafés, Geschäfte mit Kleidung, praktisch alles, was man sich vorstellen kann. Nun, in ihrer Nähe, vor allem wenn sie einer der ersten sind, es wird wahrscheinlich schwierig sein. Sie werden nicht bei null anfangen, denn jetzt haben wir zum Beispiel die 400.000 Hotels, die wir nicht im Jahr 2014 gehabt haben. Es wird aber trotzdem etwas Arbeit brauchen, um das perfekte Produkt für sie und für ihr Team zu bauen. Auf der anderen Seite, je weniger Unternehmen sich in der Region befinden, desto größer das Wachstumspotenzial ist. Das ist also das erste Rabatte bei lokalen Unternehmen. Das zweite, wie wir erwähnt haben, ist der Rabatt zu einem festen Kost. Fast alle von uns zahlen wie gesagt, der Supermarkt, die Versicherung, das Telefon, den Strom und so weiter. Dies funktioniert in einem solchen Art, dass mehr Kunden größere Unternehmen anziehen und wenn mehr Unternehmen beitreten, wird das Produkt auch verbessert, werden also mehr Kunden angezogen. Und dann ziehen mehr Kunden noch größere Mengen von Unternehmen an. Und das ergibt eine Aufwärtsspiral. Und das dritte sind Rabatte auf Reisen. Dies funktioniert so, dass alle Mitglieder ihre eigene Buchungsmaschine haben, in der sie Preise bei einem Großhandel erhalten. Also lassen Sie uns einige Beispiele sehen. Das erste Beispiel, das ich ausgewählt habe, ist aus Paris. Ich habe die Daten zufällig ausgewählt. Vom 7. Juni bis zum 14. Juni und das Hotel heißt das Hotel Jan-en-Wil. Es ist ein klassisches Doppelzimmer für zwei Erwachsene. Der Preis in einer sehr bekannten Buchungsmaschine, also der Marktpreis, ist 1,923 Euro. Nun, auf unserer Seite für das gleiche Datum, das gleiche Hotel, das gleiche Zimmer. Die gleiche Anzahl von Personen, alles gleich für genau dasselbe Zimmer, der Preis lautet 923 Euro. Das ist ein Rabatt von mehr als 50%, was bedeutet, dass ein Mitglied mehr als 1.000 Euro von nur einer Reise spart. Okay, das zweite Beispiel stammt aus Dubai. Diese sind zufällige Beispiele. Also ich habe das Gaia Grand Hotel und Apartments ausgewählt. Es ist ein 5-Sterne-Hotel. Der Marktpreis lautet 863 Euro, und genau wieder. Für das gleiche Zimmer, die gleichen Daten, alles gleiche, der Preis an unserer Seite lautet 375 Euro, was wahrscheinlich ein noch größerer Prozentsatz von 60% Rabatt ist, was erstaunlich ist. Ein weiteres Beispiel, wenn wir auf Insel Kreta in Griechenland kommen, das Greco Village Beach Hotel. Der Marktpreis lautet 1,235 Euro. Und auf unserer Seite beträgt sich der Preis auf 528 Euro, was wiederum weniger als das Hälfte ist. Wenn wir nach New York fahren, beim Alice Hotel Times Square, wie Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, ist der Preis von 1,670 Euro, auf unserer Seite, nur 861 Euro. Ungefähr 50% Rabatt. Und das letzte Beispiel auf den Kanarischen Inseln, beim globales Damaimo Tropical, oder sowas, beträgt sich. Der Preis auf dem Markt 823 Euro, und wieder für denselben Tag, die gleiche Art von. Zimmer, das gleiche Hotel, alles gleich, der Preis auf unserer Seite beträgt sich auf nur 355 Euro, was wiederum ungefähr 60% Rabatt oder mehr oder so ähnlich ist. Okay, um es zusammenzufassen, zahlen die Leute 28 Dollar pro Monat und sparen Sie im Durchschnitt vielmehr 50 Dollar, 100 Dollar, 200 Dollar, wenn Sie nicht reisen, je nachdem, wie viel Sie für die Einheimischen, in Ihrer Gegend ausgeben und sparen viele Hunderte oder Tausende von Dollar, wenn Sie reisen, besonders wenn Sie oft reisen. Sie profitieren also alle. Offensichtlich, als Sie selbst bemerkt haben, diejenigen, die reisen, profitieren enorm. Nun, ist das etwas, das jeder haben möchte? Die Idee Geld zu sparen, für die Dinge, die man bereits kauft, aus dem lokalen Geschäft, aus welchem man bereits kauft, bis zum Hotel, das Sie normalerweise gehen würden. Ist das etwas, das jeder will, dass wenn jemand das versteht, es ihm unmöglich ist, Nein zu sagen. Das ist etwas, das wir gemacht haben, und wir zusammen in Ihrer Nähe, in Ihrer Stadt und in Ihrem Land machen können. Es ist Mainstream, hat Null Widerstand. Sobald Sie es verstehen, braucht es keine Überzeugung. Es erfordert nicht, dass Menschen sich ihre Gewohnheiten ändern. Und man kauft Dinge, die man kennt und will schon kauft, nur jetzt zu einem niedrigeren Preis. Jetzt, dies ist der B2C-Teil, Business to Customer, Geschäft zum Kundenteil. Lassen Sie uns den B2B-Teil, Business to Business, Geschäft zum Geschäftteil sehen. Lassen Sie uns jetzt darüber reden, was wir Unternehmen jetzt anbieten. Was wollen Unternehmen mehr als alles andere? Richtig. Unternehmen wollen mehr Kunden. Nun, manche Leute schreiben Werbung oder Exposition und solche Dinge. Bekannt zu werden. Okay. All dies läuft auf all das hinaus, was zu mehr Kunden führt. Also ein Geschäft will, Werbung, Exposition und bekannt zu werden, um mehr Kunden anzuziehen und mehr Umsatz zu bekommen. Also, wir haben viele verschiedene Tools, die Unternehmen dabei helfen. Ich werde nur kurz über einige der Tools sprechen, das wir haben. Das erste, das wir bereits erwähnt haben, ist Werbung für immer auf unserer Plattform. Ein Unternehmen zahlt 160 Dollar fürs Leben und wird für immer auf unserer Mitgliedern-App erscheinen. Und unsere Provision dafür ist 80 Prozent. Wir erhalten 130 Dollar der 160 Dollar, die ein Unternehmen zahlt. Abgesehen davon können wir eine Webseite für das Unternehmen erstellen, falls es keine gibt. Dies kostet 160 Dollar pro Jahr. Die Webseite ist jedem auf der Welt sichtbar. Es ist dynamisch, ansprechbar, es hat unbegrenzte Datenverkehr, ist SSL-zertifiziert und alles Technische. Das ganze technische Zeug, dass es heute für eine professionelle, schöne Webseite benötigt wird. Und wieder ist unsere Provision dafür 80 Prozent. Aber wir bekommen 80 Prozent für jedes Jahr, dass dieses Unternehmen seine Webseite erneuert. Wir haben auch viele andere Tools für Unternehmen. Wir können für Sie einen eShop kreieren. Wir haben Tools, die Ihnen helfen, Kunden über Social Media zu gewinnen. Wir können für Sie Ihre eigene App, Ihre eigenen mobilen App, Ihre eigene App erstellen. Wir haben Tools für E-Mail-Marketing, wie Autoresponder, LibCapture-Seiten, falls diese Ihnen bekannt sind. Wir haben sogar Webinar und automatisierte Webinar für die Unternehmen, die Sie benötigen. Also, in der Tatsache haben wir viele verschiedene Tools für Unternehmen. Einige sind einfach, wie die Werbung, die Webseite und das eShop. Einige sind fortgeschrittener, wie die Autoresponder und Webinar-Räume. Der gemeinsame Nenner ist, dass alle diese verschiedenen Tools Nummer 1, der niedrigste Preis des Marktes haben, und Nummer 2, Sie helfen Unternehmen, mehr Kunden zu gewinnen und gleichzeitig bekommen wir sehr große Provisionen dafür. Also, genug mit dem Produkt. Lassen wir uns jetzt über den Gehaltsplan reden. Wie wir schon gesagt haben, die Leute zahlen eine monatliche Gebühr von 28 Dollar und dann haben sie die Möglichkeit, eine von den drei Optionen auszuwählen, wie Upgrade, je nachdem, was sie wollen und von welchen Tools sie Gebrauch machen wollen. Die erste Option ist also 150 Dollar plus 28 Dollar pro Monat. Die zweite Option 450 Dollar und die dritte Option 1000 Dollar plus 28 Dollar pro Monat. Jetzt werde ich erklären, was diese Packs enthalten und, was wir mit ihnen machen können, nachdem ich den Plan erklärt habe. Zu allererstens, das Payplan, das Sie sehen werden, hat eine Auszahlung von 80% bis 90%, welches bedeutet, dass von jedem 100 Dollar Umsatz, der generiert wird, der 80% bis 90%, 80 Dollar bis 90 Dollar, von der 100 Dollar werden als Provisionen ausgezahlt. Also zeige ich Ihnen die verschiedenen Boni One by One, die wir haben, und dann gebe ich Ihnen einige Beispiele, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Sie tun müssen, damit Sie so viel Geld verdienen. Wir haben also ein 3x8 Furst Matrix System. Schauen wir mal, wie das funktioniert. In unserer Frontlinie haben wir nur 3 Positionen. Wenn wir also unsere erste Person sponsern, könnte dies ein Kunde mit nur 28 Dollar pro Monat sein oder jemand mit einem Pro Pack von 1000 Dollar. Es macht keinen Unterschied. Sie schließen sich unsere Frontlinie an. Also Nummer 1 schließt sich an unsere Frontlinie und Nummer 2 und Nummer 3 schließen sich auch unsere Frontlinie an, wie es zu erwarten ist. Aber die vierte Person schließt sich unter die erste Person an. Die fünfte Person, die wir sponsern, unter die zweite, die sechste unter die dritte. Wenn Sie jemanden sponsern, wird diese Person in unsere Mitglieder 3x8 Matrix eingefügt. Die Matrix fühlt sich also von oben nach unten und von links nach rechts. Das heißt, dass wenn unser Team wächst, werden wir Leute unter der ersten Menschen, die wir sponsern, beitreten lassen. Also, wenn wir oder sie ein großes Team aufbauen, ihre Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 und Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6 und so weiter, werden die Leute unter sie stellen. Das nennt man also Spielover. Und es soll Mitgliedern helfen, die Probleme haben und ihnen zu beweisen, dass das System auch ohne sie funktioniert. Und wir als Leader wollen für unser Team so viel Spielover als möglich zu schaffen. Jetzt gibt es sechs verschiedene Boni. Fünf dieser Boni beziehen sich auf die monatliche Gebühr und einer davon ist, im Zusammenhang mit den Upgrades der PAX. Die erste Bonus wird also als Appreciation Bonus bezeichnet. Gemäß der Appreciation Bonus, wenn wir drei Mitglieder sponsern, beträgt sich unser monatliches Einkommen mindestens auf 28 Dollar pro Monat, welches bedeutet, dass unsere monatliche Gebühr abgedeckt ist. In der Tatsache bedeutet dies also, dass wenn wir drei Personen sponsern, wir sind frei. Für die vierte, die fünfte, die sechste Person und so weiter, die wir persönlich sponsern, erhalten wir zusätzliche 7 Dollar pro Monat von jeder anderen Person, die wir persönlich bis unendlich sponsern. Und das ist der Appreciation Bonus. Der zweite Bonus heißt Matrix Bonus. Nach dem Matrix Bonus, erhalten wir ein Dollar pro Monatlichem Einkommen für jede andere Person, die in unseren 3x8 Matrix platziert wird. Egal ob sie von uns oder von unserem Team oder sogar aus unseren Uplines kamen. Also was das bedeutet, ist, dass wenn die Nummer 1, sagen wir mal, meine sehr alte Großmutter oder so etwas ist, welche gerade beigetreten ist, um Rabatte auf Reisen, zu den örtlichen Geschäften und zum Supermarkt zu haben, und sie hat nie jemanden gesponsert. Wenn ich ein großes Team aufbaue, meine Großmutter, Nummer 1, wird Leute unter sich haben. Also, sie wird einen Matrix Bonus bekommen, der hervorragend für meine Großmutter und für denjenigen, der den Spillover bekommt, ist. Der dritte Bonus wird als Matching Bonus bezeichnet. Und laut diesem Bonus passen wir bis zu 50% von allen unseren persönlichen Einschreibungen Matrix Boni in unendlicher Tiefe zusammen. Dies bedeutet, dass das Beispiel für meine Großmutter, das ich Ihnen gerade gegeben habe, sagen wir zum Beispiel, meine Großmutter richtet eine Kommission aus, sehen wir uns ein Beispiel an. 1.000 Dollar pro Monat, sie wird 1.000 Dollar bekommen und deswegen bekomme ich eine zusätzliche Provision von 50% davon, was sich 500 Dollar entspricht. Und das System prüft am Ende jedes Monats jede andere Person, die wir persönlich sponsern, und passt 50% ihrer Matrix Boni zusammen. Wir sprechen nicht für Person Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wir sprechen über jede andere Person, die wir je in unserem Leben gesponsert haben. Das System am Ende des Monats prüft ihre Provisionen und wir erhalten das 50% ihrer Matrix Boni. Also wenn wir 20 oder 30 oder 50 Personen gesponsert haben, können wir 20 oder 30 oder 50 verschiedene Matching Boni erhalten. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum wir wirklich Spillover für unser Team schaffen wollen, weil sie einen größeren Matrix Bonus bekommen, so dass wir einen noch größeren Matching Bonus bekommen. Ich hoffe, das ist sinnvoll. Also der vierte Bonus nennt man Leadership Bonus, wo wir bis zu 3 Dollar mehr für jede Person in unserem Team erhalten. Es gibt verschiedene persönliche Ränge und verschiedenen Team Rängen. Ich möchte im Moment nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber wir haben Team Rängen wie Supervisor, Manager und Leader und wenn wir diese Ränge erreichen, wachsen die Provisionen und wir erhalten einen zusätzlichen Dollar für jede dieser drei Ränge und dieser Bonus geht wieder in unendlicher Tiefe bis ein anderer Leader in die Tiefe kommt. Der fünfte Bonus heißt K-Bonus. Wir haben sogar einen Autobonus und laut dem Autobonus, wenn wir ein Team von 300 Mitgliedern haben, erhalten wir einen Autobonus von 300 Dollar, 500 Mitgliedern, 500 Dollar, 1000 Mitgliedern, 1000 Dollar. Nun gibt es einige Anforderungen wie zum Beispiel 20 aktive persönliche Anmeldungen oder die gleichmäßige Verteilung ihres Teams zu haben. Aber wieder werde ich nicht auf zu viele Details eingehen. Wir können wählen, welches Auto wir wollen. Und falls wir schon ein Auto haben, können wir einen Aufkleber mit dem Firmenlogo auf unser Auto kleben. Und das ist ein Cash-Bonus und wir bekommen das Geld in unsere Brieftasche. Wir müssen also nicht gehen und ein Auto mieten oder kaufen, wenn wir es nicht wollen. Im sechsten Bonus, es bezieht sich auf die Upgrades und die Packs. Es verteilt 80% Provisionen in unendlicher Tiefe. So, wie Sie auf Ihrem Bildschirm sehen können, wie unser Rangwachstum wächst, so wächst auch unser Einkommenspotenzial. Wenn wir also ein Supervisor sind und die Packung unserer Tiefe in unendlicher Tiefe verkauft wird, erhalten wir wieder eine Provision, bis ein anderer Lieder kommt. Dies wird klarer mit den Beispielen, die ich jetzt geben werde. Also ich werde die Nummer 1 nicht erwähnen. Wenn Sie drei sponsern, sind Sie frei, welches eine erstaunliche Stabilität schafft. Nun, wenn wir 20 Personen persönlich sponsern, sind dies unsere persönlichen Empfehlungen. Einige könnten einfach Kunden mit 28 Dollar pro Monat sein. Andere können upgraden. Und unser Team wächst auf 100 Mitglieder. Und ich ging davon aus, dass etwa 10% Anfängerpakete jeden Monat aufgerüstet werden, was ungefähr das ist, was passiert. Dann ist unser monatliches Einkommen mit dieser Art von Team 1500 Dollar pro Monat. Das ist etwas, was Sie ihren ersten Monat erreichen könnten. Es ist etwas, dass selbst Menschen ohne Erfahrung im Network-Marketing Ich werde nicht sagen, dass es um etwas Leichtes geht, aber es ist sehr machbar und sehr oft Menschen ohne Erfahrung im zweiten oder dritten Monat ins Geschäft schaffen. Nur noch ein Beispiel, wenn wir 50 Menschen sponsern und sie wachsen. 300 zu sein, ein Team von 300 Personen, wieder mit der gleichen Annahme, dann ist unser monatliches Einkommen zwischen 4000 Dollar und 5000 Dollar. Nun, offensichtlich ist ein Teil davon auf die monatlichen Mitgliedschaften, die 28 Dollar pro Monat. Und ein anderer Teil ist offensichtlich auf die Upgrades zurückzuführen. Und im letzten Beispiel, wenn wir 100 persönliche Anmeldungen haben und unser Team wächst auf 1000 Mitglieder, dann liegt unser monatliches Einkommen, wieder mit den gleichen, Annahme, zwischen 15.000 Dollar und 18.000 Dollar pro Monat. Nun gibt es hohe Ränge als Leader und offensichtlich gibt es Leute mit größeren Teams. Sie verstehen, dass wenn es Wachstum gibt und das Team wächst, das Einkommen kann exponentiell steigen. Nun, das System. Die Hauptidee des Systems ist, dass wir automatisiert haben, was auch immer automatisiert werden kann. Nicht alle Dinge können automatisiert werden, aber viele können es. Und auf diese Weise sparen wir Geld und Energie und sie erhöhen tatsächlich unsere Effektivität. Wir haben also ein ganz klares Pfad, mit dem Personen von zu Hause aus nur mit ihrem Telefon und Laptop das Geschäft aufbauen können. Es gibt viele verschiedene Tools, die wir verwenden, wie Autoresponder, Lit Capture Seiten, Webinar, automatisierte Webinar. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir haben Trainings für all das. Das Wichtigste ist, dass wir ein System haben, das es uns ermöglicht, von zu Hause aus zu arbeiten und gleichzeitig unser Geschäft auf der ganzen Welt aufzubauen. Das ist das System, das wir verwenden, wird von unserem Team einfach dupliziert. Wir haben eine vollständige Automatisierung der Prospektion und des Leads, Generierung Prospekt Prozess. Eigentlich nicht alle, aber die meisten der Zeitperspektiven kommen zu uns. Sie finden uns durch Social Media und das Internet. Wir haben eine vollständige Automatisierung des Präsentationsprozesses. Und schließlich sind wir High Tech, aber wir haben auch High Tech. Wie gesagt, es kann nicht alles automatisiert werden, also Beziehungen bauen, Freundschaften schaffen, Vertrauen schaffen, einen positiven Umfeld schaffen, eine Erfolgskultur schaffen. Die Vorteile von eins zu einer Konsultation kann und wird niemals automatisiert werden. Wir haben also große erfolgreiche Offline-Veranstaltungen, aber wir nutzen sie nur, um eine Kultur aufzubauen und Menschen zusammenzubringen, um ein positives Umfeld zu schaffen, aber nie für die Rekrutierung. Lassen Sie uns jetzt über die Optionen reden. Es gibt drei verschiedene Optionen. Der Basispack, welcher 150 Dollar kostet, der Internet-Marketing-Beginner-Pack, welcher 450 Dollar kostet, und der Pro-Pack, welcher 1.000 Dollar kostet. Also, das Basispaket, 150 Dollar, enthält alles, was wir über Rabatte erwähnt haben, also es beinhaltet die Rabatte auf Reisen, bei kleinen Unternehmen, bei größeren Unternehmen, bei der weltweiten E-Shops, und alles, was wir erwähnt haben. So ist es ideal für Verbraucher, die für alles und jedes Geld sparen möchten. Es ist auch großartig für Leute, die ins Produkt eintauchen möchten, bevor sie sich für ein Upgrade auf einen höheren Pack entscheiden. Der Unterschied zwischen die 28 Dollar pro Monat Option und der Basispack, 150 Dollar plus 28 Dollar pro Monat ist die Reise und die weltweite E-Shops. Wenn also jemand Zugang zu allen Rabatten, das Reisen weltweit, die E-Shops haben möchte. Sie wollen den Basic-Pack, sie brauchen den Basic-Pack. Und schließlich sind es einige Leute, die es wählen, weil sie anfangen möchten, aber ein niedriges Budget haben und es sich nicht leisten können, einen höheren Pack einzukaufen. Also sie beginnen mit dem Basispack und dann upgraden sie später, was auch an Ordnung ist. Der zweite Pack, Internet-Marketing-Beginner-Pack, enthält alles, was das Basic-Pack enthält, hat aber auch sehr drei nützliche Plattformen, OMS, MAW und Online-Coach. OMS ist ein Software, der den Lead-Capture-Seiten-Creator und die Autoresponder enthält und tatsächlich hilft uns beim Aufbau großer Listen von Interessenten über das Internet. Wenn sie nicht wissen, wie sie diese Tools verwenden sollen, spielt es keine Rolle, wir lehren sie alles. Die Hauptidee ist, dass wir mit der Software mit OMS eine Liste auf Autopilot bauen, wir ziehen Perspektiven durch das Internet an. MAW, das sind die Initialen für My Automated Webinar, hilft uns Zeit, sparen aber auch Zeit multiplizieren beim Organisieren von Präsentationen, die ohne uns liefen beim Autopilot, ohne dass wir etwas tun müssen. Und schließlich ist Online-Coach ein Programm, das uns hilft, richtig zu beginnen. Es hilft uns dabei, unsere erste Ziele zu erreichen, um eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln. Es hat einen Persönlichkeitstest, also hilft es uns, schnell unsere starken und schwachen Punkte zu erkennen. Es hilft uns, effektiver mit unserer Uplines zu kommunizieren, unsere Stats mit ihnen zu teilen. Es hat sogar ein Traumbuch, das wir ausfüllen können. Zusätzlich, mit dem Beginner-Pack, sind wir mit 80% Kommission für jedes Unternehmen, das wir von Anfang an, also von der ersten Empfehlung, berechtigt. Also wenn ein Unternehmen tritt unserer Plattform bei oder wenn wir eine Webseite für sie erstellen, sie zahlen ihnen 160 Dollar und du ihr, erhalten 130 Dollar als Provision von unserer ersten Empfehlung. Last but not least hat das Unternehmen einen Sonderbonus bei. Dieser Zeitraum. Wer sich mit dem Basic-Pack anschließt, bekommt eine 3-Jahres-Website. Der Einzelhandelspreis davon ist 320 Dollar. Und das können wir selbst benutzen oder es ist etwas, das wir an unser Unternehmen verkaufen können. So bekommen wir sofort 320 Dollar von der 450 Dollar, die wir bezahlt haben, was großartig ist. Im ProPack, das Internet-Marketing-ProPack enthält alles damit. Wir bekommen praktisch unser eigenes vollständiges Online-Franchise. Es verfügt über einfache Internet-Marketing-Tools und fortschrittliche Internet-Marketing-Tools. Wir sind die maximalen Provisionen für alles berechtigt. Offensichtlich hat es ein größeres Einkommenspotenzial und, kurz gesagt, ist es der ideale Weg. Um anzufangen. Außerdem sind wir mit 80% Provisionen auf vier verschiedenen Plattformen berechtigt. Abgesehen von der Werbung und der Webseite sind wir mit 80% Provisionen für die App-Bilder für ein Programm namens My Appointments berechtigt. Das ist wie ein Online-Sekreterin und Buchtermine automatisch für Unternehmen und Live-Chat. Wir erhalten also 80% sofortige Provisionen von Anfang an. Von unserer ersten Empfehlung mit dem ProPack und wieder wird das Unternehmen mit dem wir arbeiten ein Bonus anbieten. Es ist eine lebenslange und keine dreijährige Webseite. Der Verkaufspreis davon beträgt sich auf 800 Dollar. Und auch Live-Chat. Der Gesamtverkaufspreis dieser Boni beträgt sich also auf 950 Dollar. Und wieder können wir dies entweder für uns behalten oder wir können sie einem Unternehmen anbieten. Wenn wir das machen, bekommen wir 950 Dollar von den 1000 Dollar, die wir bezahlt haben. Was es immer großartig ist. Der nächste Schritt ist also, um sich mit nur einer 28 Dollar Option zu registrieren. Sobald Sie das getan haben, wird ein Backoffice für Sie erstellt. Sie können alles von Ihnen über dieses Backoffice überprüfen, bevor Sie eine größere Verpflichtung eingehen. Außerdem erhalten Sie Lehrvideos und andere Materialien und wenn Sie sich bald für ein Upgrade entscheiden, sagen wir mal innerhalb einer Woche, erhalten Sie noch ein paar sehr wichtige und sehr hilfreiche Boni von uns, von unserem Team. Also wenn Sie sich für ein Upgrade auf den Internet-Marketing-Beginnerpack entscheiden, zur 450 Dollar Option, dann bekommen Sie Tools für Social Media, um Kunden, Unternehmen und Affiliates zu gewinnen. Und Sie erhalten auch Sales Funnels und Sale Pages. Dies sind Tools, die für Facebook-Ads verwendet werden können, um wieder Kunden, Unternehmen und Affiliates anzulocken. Und das ist sehr, sehr wichtig. Sie bekommen persönliches Coaching, eins zu eins von jemandem Sie zu lehren, wie Sie Social Media nutzen und auch eins zu eins Coaching für jemanden, der Ihnen beibringt, wie man Facebook-Ads benutzen kann, um dies explodieren zu lassen. Und wenn Sie sich für ein Upgrade auf den Internet-Marketing-Propack, der DOLL 1.000-Pack, entscheiden, Sie erhalten alles, was ich gerade erwähnt habe, aber Sie erhalten auch Unterstützung beim Erstellen Ihrer eigenen Tools für Social Media und Facebook-Ads. Wenn ich Ihre eigenen Tools sage, meine ich Ihr Gesicht, Ihre Stimme, aber unsere Skripte, unsere PDFs, unsere Powerpoints, unsere Tech-Support, von uns bearbeitet. Und das wird etwas zu Ihnen gebrandmarkt sein. Es wird etwas sein, dass Sie benutzen können, aber auch Ihr Team in der Lage es zu nutzen wird. Und Sie erhalten auch Unterstützung beim Erstellen Ihrer eigenen Sales-Funnel und beim Sale-Pages und so weiter, Ihr Gesicht, Ihre Stimme. Wieder wird dies für Sie kodiert, gebrandmarkt für Sie. Und wieder ist es etwas, das Ihr Team auch benutzen kann. Mit der Propack bekommen Sie auch Unterkunft für zwei Nächte in Athen in einem vier- oder fünf-Sterne-Hotel während unserer nächsten großen Konferenz und dort können Sie das Team treffen. Idealerweise werden wir einen gewissen Erfolg haben. Also wir werden Ihnen vorzugsweise auf der Bühne erkennen. Sie werden die Möglichkeit haben, das Team zu treffen, die Leader zu treffen. Es wird toll für Sie, da zu sein. Jetzt. Unabhängig von dem Pack, das Sie wählen, auch wenn Sie mit einem kleineren Pack beginnen, der 150 Dollar kostet, werden Sie eine Strategiesitzung persönlich mit mir oder einer anderen AML-Affiliate-Marketing-Leader oder Direktor haben, einen sechsstelligen Verdiener, mindestens einmal pro Monat, Sie bei der Beantwortung von Fragen zu unterstützen, um Ihnen den richtigen Einstieg zu erleichtern und Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wir engagieren uns sehr dafür, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um ein großes Geschäft in Ihrer Nähe, Ihrer Stadt, in Ihrem Land aufzubauen. Wenn Sie sich entscheiden, mitzumachen, werde ich mich persönlich für Ihren Erfolg engagieren und ich glaube, dass ich sehr behilflich sein kann. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, als ich in meiner Stadt und in meinem Land begann, war ich einer der Ersten und weiß genau, was Sie tun müssen, um das explodieren zu lassen. Ich kann Ihnen helfen, Fehler zu vermeiden, die wir in den ersten Jahren gemacht haben. Ich bin bereit, dort hinzureisen, wo Sie sich immer befinden, und große Veranstaltungen mit Ihnen und Ihre Gruppe zu haben, und ich werde alles, was ich kann, tun, um Ihnen zu helfen. In meinem Team haben wir viele Leute, die riesige Organisationen aufgebaut haben. Menschen, die ein mehrfaches fünfstellige und sechsstellige Geschäft verdienen. Wir wissen also, wie man ein Land oder eine Stadt gründen kann. Und wir werden Ihnen helfen und Sie auf jede mögliche Weise unterstützen. Ich glaube wirklich, dass dies der Fall ist. Die größte unentdeckte Gelegenheit heute und ich hoffe, dass wir zusammenarbeiten und ein globales Unternehmen aufbauen und viele Menschen helfen, sich ihr Leben für eine Ewigkeit zu ändern und ein Vermächtnis zu schaffen. Der nächste Schritt besteht darin, einmal mit einer Option von 28 Dollar beizutreten. Einmal, dass Sie dies getan haben, abgesehen von Ihrem Backoffice, das ich gerade erwähnt habe, werden Sie auch eine E-Mail von mir persönlich erhalten, mit ein paar Videos, die unser System erklären und sich darauf konzentrieren, wie wir was machen. Informationen über das Unternehmen, mehr Details zu allen Details des Plans, was der richtige Weg ist, um anzufangen und so weiter. Ich persönlich habe eine großartige Vision für diese Idee. Ich glaube, Sie können Stadien auf der ganzen Welt mit finanziellen, unabhängigen Menschen füllen und das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt durch. Dieses Geschäft ändern. Das ist also alles von mir. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und mit Ihnen zu arbeiten. Vor allem, wenn Sie eine ehrgeizige Person sind, die massiven Erfolg erzielen möchte. Ich glaube, dass wir großartige Dinge zusammen machen können und positive Veränderungen schaffen. Es war also toll, dass wir dies organisiert haben. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.